moin moin wir wollen uns heute anschauen wie man versteckte dateien findet oder halt auch dateien versteckt bzw ordner damit sie vielleicht keiner findet oder nicht jeder zugriff drauf hat das wollen wir heute einfach einmal durchgehen wir erstellen uns dazu einfach mal einen neuen ordner machen rechtsklick drauf und gehen auf die eigenschaften da haben wir hier unten das feld versteckt dann machen haken rein gehen auf übernehmen ok und da ist er weg und zum finden des ganzen gehen wir einfach in die systemsteuerung ändern uns das ganze mal von kategorie auf große symbole dann haben wir die explorer option gehen auf ansicht scrollen ein bisschen runter und dann können wir hier sagen ausgeblendete dateien ordner und laufwerke anzeigen sagen übernehmen ok und da haben wir hier unseren versteckten ordner machen wieder eine rechtsklick drauf und sagen verstecken raus übernehmen ok das ganze funktioniert natürlich auch mit ganz normalen dateien das können wir auch einmal probieren sagen versteckt dann ist es dementsprechend so durchsichtig sagen muss man so ja dann wenn man sie dann halt auch nicht mehr sehen das können sie können wir dann halt wieder rausnehmen mit zeit wirklich versteckt ist übernehmen so und da ist unsere wird datei weg und dann sagen wir einfach wieder einblenden das ganze und da ist wieder da dann können wir natürlich sagen verstecken raus und da ist sie wieder auch im versteckten zustand wenn man sie sichtbar gemacht hat kann man natürlich ganz normal damit arbeiten das ist klar aber man kann ja auch das verstecken halt rausnehmen und dann ist das auch gut nehmen und einfach wieder ganz normal mit rein löschen das ganze ich hoffe es hat euch was gebracht ihr habt was gelernt lassen abo und like da am besten noch kommentar dazu und dann wünsche ich euch viel spaß